Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum Telefonakquise für die allermeisten da draußen eher sehr mühsam ist, während es ja auch eine Handvoll Top-Verkäufer gibt, die scheinbar mühelos einen Termin nach dem anderen vereinbaren. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Was machen die Top-Verkäufer anders? Wie kriegen die das hin, so mühelos und mit Leichtigkeit Termine zu vereinbaren? Lass uns da mal drüber sprechen. Ich glaube, die Top-Verkäufer haben verstanden, dass sie einfach positiv aus der Masse rausstechen müssen. Das heißt, wenn du das machst, was natürlich alle da draußen machen, wenn du einen gleichen oder ähnlichen Leitfaden hast wie alle da draußen, dann ist es kein Wunder, dass du eben auch das Ergebnis bekommst, was alle da draußen bekommen. Und der Punkt ist der, wenn du eine Zielgruppe hast und ein Angebot hast, wo du Telefonakquise machst und du hast ganz viel Wettbewerb und die machen auch Telefonakquise und jeder klingt gleich, dann ist es ja völlig klar, dass wenn du anrufst, dein Gesprächspartner dich da nicht mit offenen Armen empfängt, sondern dass er erstmal die Augen verdreht und sich denkt, ich bin wieder einer von der Sorte. Ja, dann hat er gar keine Lust, diese Art von Gespräch mit dir zu führen und dann geht er sehr schnell in die Ablehnung, dann bekommst du Einwände und dann ist es in der Regel sehr, sehr schwer, da wieder zurück ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wenn du eben Leitfäden nutzt, die ganz viele da draußen nutzen und wenn du so diese klassischen Gesprächseinstiege für dich auch wählst, ja, Herr Kunde, wir haben Ihnen was geschickt, Herr Kunde, ich komme mal gleich zum Punkt, ja, Herr Kunde, haben Sie kurz zwei Minuten oder Hallo Herr Mayer, ich rufe Sie heute an, weil und dann kommt gleich der Pitch, dass du den so komplett überlädst mit dem, was du machst. Also das sind so die Klassiker, das ist halt das, was alle da draußen machen und dann ist es halt kein Wunder, dass die Leute da keine Lust drauf haben. Schau mal, der Punkt ist der, wenn du dich auch in die Situation deines Kunden versetzt. Stell dir mal vor, du bekommst jede Woche zehn Anrufe von deinen Mitbewerbern, ja. Zehn Anrufe, die klingen alle ungefähr gleich, das ist immer das gleiche Thema, das ist immer die gleiche Aufmachung. Naja, also wenn da zehn die Woche anrufen, 40 Leute im Monat anrufen, ja, du gibst nicht jedem einen Termin. Wie soll denn das gehen? Also selbst wenn das Thema relevant ist, aber also wenn du jedem jetzt einen Termin gibst, dann hast du gar keine Zeit mehr, was anderes zu machen. Das bedeutet, du machst eine Sache, die Strategie ist, du lehnst einfach alle ab. So, du lehnst einfach alle ab, weil du dir denkst, ja, okay, also ihr ruft mich jeden Tag, rufen mich zwei Leute an, ich kann nicht mit jedem einen Termin vereinbaren, dann komme ich zu nichts anderem mehr in meinem Job und von daher, ich lehne die einfach alle ab. So. Und das, wenn du jetzt anrufst und du hast auch wieder das Thema und du klingst auch wieder gleich oder sehr ähnlich, warum sollte er dann ausgerechnet mit dir jetzt heute einen Termin machen, wenn er doch die anderen, 40, 50, 60, die vor dir angerufen haben, wenn er denen allen gesagt hat, nein, warum soll er denn ausgerechnet bei dir jetzt einen Termin vereinbaren? Schau mal, der erste Punkt ist ganz einfach, du musst einen anderen Gesprächsaufbau wählen. Du musst dich damit auseinandersetzen, wie funktioniert Verkaufspsychologie. Das ist ein ganz großes, breites Feld. Wenn du das mal im Internet eingibst, da führst du tausend Informationen zu. 99 Prozent dafür ist nicht relevant für die Telefonakquise oder nicht zeitgemäß. Aber der Punkt ist der, du musst verstehen, wie kriegst du das hin, das Gespräch so zu öffnen, dass sich auch dein Gesprächspartner öffnet. Wie kriegst du das hin, Vertrauen am Telefon aufzubauen? Das ist der absolute Schlüssel. Und Vertrauen entsteht immer zwischen zwei Menschen. Am Ende des Tages kaufen die Leute nicht das Angebot, sondern sie kaufen gewissermaßen dich als Verkäufer oder dich als Selbstständigen, dich als den Typen, der halt deine Firma repräsentiert. Menschen kaufen von Menschen, das musst du verstehen. Menschen kaufen von Menschen und deswegen muss da ein gewisses Vertrauen entstehen. Und wenn du einfach so klingst wie jeder da draußen, dann baust du kein Vertrauen auf. Du musst es irgendwie schaffen, dieses Vertrauen herzustellen, dass er einfach merkt, hey, der ist zwar auch dieses Thema, aber irgendwie ein guter Typ. Irgendwie klingt der anders. Irgendwie klingt der interessant. Irgendwie klingt der spannend. Irgendwie ist das Gespräch angenehm mit dem. Auch das wieder Verkaufspsychologie. Du musst verstehen, wie baust du dein Gespräch so auf. Und dann ein Faktor, wenn du schon ein paar meiner Videos gesehen hast, dann weißt du ganz genau, die Stimme ist es eigentlich. Also die Stimme ist vor allen Dingen auch das, neben dem Gesprächsaufbau, womit du schaffst, das meiste Vertrauen herzustellen. Weil der Punkt ist, wie wir etwas sagen, das wirkt halt nochmal viel stärker, als was wir inhaltlich sagen. Da gibt es verschiedene Studien dazu, die belegen, wir wirken zu ungefähr 60% über die Körpersprache, 30% macht die Stimme, nur 10% ist der Inhalt unserer Worte. Das heißt, wie wir etwas sagen über Körpersprache und Stimme, das kommt viel stärker beim Gegenüber an, das wirkt viel, viel stärker. Klar, die Körpersprache fällt jetzt am Telefon weg, aber dann hast du die Stimme und du hast das gesprochene Wort und die Stimme wirkt halt viel, viel schwerer. Das gesprochene Wort ist wichtig. Ja, auch da, wie gesagt, Verkaufspsychologischer Aufbau, aber wie muss es dann auch rüberbringen, weil das ist dann der Schlüssel, dass der Gesprächspartner, den du hast, dass der dann sagen wird, ja, ist auch wieder das Thema, aber irgendwie mal anders und irgendwie ganz spannend und irgendwie bin ich gerade neugierig. Ja, irgendwie könnte das was sein. Und wenn du diese Gedanken und auch die Emotionen dahinter bei deinem Gesprächspartner auslösen kannst und zwar planbar jedes Mal, weil du weißt, wie du es anstellst, ja, rate mal, dann schaffst du das, was die Top-Verkäufer da draußen schaffen. Dann kriegst du es hin, positiv aus der Masse rauszustechen und dann machst du viel mehr Termine und dann kommen kaum noch Einwände oder Ablehnung. Weil die meisten Einwände und die meiste Ablehnung, die kommt, die kommt nicht, weil dein Angebot nicht relevant ist, sondern die kommt, weil du schon wieder einer von der Sorte bist. Und das musst du vermeiden. Von daher, das ist der Schlüssel und wenn du wissen möchtest, wie das geht, du findest unglaublich viele Videos hier auf diesem Kanal, also schau dir gerne einiges dazu an. Du findest auf diesem Kanal auch einige Live-Telefonate von mir. Ja, falls du es noch nicht gesehen hast, kannst du einfach mal schauen. Julia Mahnken Live-Telefonakquise kannst du auch einfach mal eingeben, dann findest du eine ganze Menge Beispiele, wie es nicht nur theoretisch funktioniert, sondern wie ich es dir in der Praxis vormache. Live demonstriere, ich glaube, das fehlt ganz, ganz häufig und ganz, ganz oft da draußen. Da gibt es ganz viele, die stellen sich hin vor die Tafel und sagen, ja, so musst du es machen. Und wenn du es dann umsetzt, merkst du, ja, in der Theorie klang das ganz gut, aber in der Praxis funktioniert das für mich gar nicht. Nein, darum geht es nicht, sondern du bekommst ja auf diesem Kanal Praxiswissen und ich mache es dir live vor, ich demonstriere das. Ich habe auch immer wieder hier in Bremen, da sitzen wir ja einige Veranstaltungen, die wir machen, ganz exklusiv mit Trainingsteilnehmern von uns. Da wird auch live telefoniert, da stelle ich mich vor die Gruppe und so weiter. Macht unheimlich viel Spaß, also schau dich hier gerne weiter um. Wenn du sagst, hey, ich will es mal ganz konkret lernen und was war das da mit Trainingsteilnehmern, was hat das mit dem Training auf sich, könnte ja vielleicht auch was Spannendes für dich sein, dann trag dich doch gerne einfach mal ein. Und zwar unter diesem Video findest du einen Link, da gelangst du zu meiner Webseite, hast die Möglichkeit, dir ein kostenfreies Erstgespräch zu sichern. Das heißt, wir beide sprechen einfach mal, wir schauen mal, wo stehst du denn jetzt gerade, was sind vielleicht auch die Herausforderungen, hast du vielleicht Hemmungen, kommst du vielleicht am Sekretariat nicht vorbei, weißt du nicht so genau, wie sollst du denn jetzt das Entscheidengespräch aufbauen, was machst du mit der Stimme, wie machst du die Einwandbehandlung und so weiter. Also jede Frage, die da gerade in deinem Kopf ist, garantiere ich dir, da habe ich eine gute Antwort für dich drauf. Von daher, wenn du Lust hast, trag dich da auch gerne mal ein. Ansonsten freue ich mich auch, dich eben auch in einem der nächsten Videos wiederzusehen. In dem Sinne, ganz liebe Grüße bis dahin, dein Julian.